Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Tomb Raider Freunde, ich bin der Zap, machen wir weiter an der Stelle mit unserem Let's Play. Okay, wir suchen verzweifelt, ja relativ verzweifelt, suchen wir nach den Gefangenen und die müssen irgendwo sein, die sind irgendwo im Keller, wir haben aber den Zugang zum Keller noch nicht gefunden. Und jetzt müssen wir hier einfach an den Ratten vorbei, ich muss irgendwo den Keller finden, ich weiß nicht. Hallo? Da ist eine Treppe. Da ist die Treppe. Ich suche die ganze Zeit hier, wie blöd. Aber die Treppe ist hier. Ja, hier sind wir auch reingekommen, oder? Da sind wir auch reingekommen, richtig. Können wir auch wieder raus? Wahrscheinlich. Okay, hier ist die Treppe. Ja, Mann, oh Mann, oh Mann. So, wollen wir mal gucken. Hallo? Ah, guck mal, da steht einer. Da steht einer. Wie bringen wir den denn um die Ecke? So, vorsichtig. Ich bin klar und vor richtig. Da stehen noch mehr. Ah, da drüben! Lass es uns beenden! Los jetzt! Na los, Lara! Aufhauen! Aufhauen! Wo baust du denn hin? Dringen wir es zu Ende! Das ist aber gut. Ich werde dich töten! Du und ich! So, Mann, oh Mann. Ein harter Knochen, oder? Was ein harter Knochen? Und ich könnte wieder sagen, den Lieblingssatz aller Gamer, ich hab gedrückt, hab ich auch wirklich. So, und nun? Ich kann den nicht. Weil die haben nichts zum mitnehmen. Oh, doch, da. Der hat was zum Blümmern. So, würde ich mal sagen. Hey, hier drüben! Ist okay. Ich werde sie hier rausholen. Das tue ich. Das tue ich. Das tue ich. Ach, da. So, aufstehen. Du bist frei. Und du? Auch. Auch aufstehen. Bist auch frei. Ein kleines Dankeschön hätte ich jetzt schon erwartet. Hä? Hätten ja auch ruhig mal Danke sagen können. Schließlich habe ich hier... Ne? Habe ich mein Leben riskiert. Für euch Heinis. Dann sagen die noch niemals Danke. Na gut. Ist hier noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus, oder? Hier hinten? Nö. Hier ist gar nix. Dann gehen wir wieder. Gar nix. Hier steht ja immer noch rum. Wisst ihr nicht, wohin, oder was? Also, ich trage euch jetzt nicht da durch die... Ne? Pass auf, ich zeige euch das einmal. Ihr müsst einmal hier. Und dann müsst ihr hier rausklettern. Und dann könnt ihr hier rausspringen. So wie ich jetzt. Habt ihr das gesehen? Hm. Das ist ein Riesen-Ding. Ich glaube... Warte, ich gucke mal eben auf die Karte. Äh... Ich stehe vor irgendwas, oder? Was ist denn das? Äh... Überlebens-Dings? Hab ich gar... Äh... Sehe ich gar nicht so schnell. Überlebens-Dings-Versteck. Moment. Ich soll der Dreck vorstehen. Äh... Ach da! Tada! Eifriger Lerner. Äh... So. Ja. Ähm... Die kommen nicht raus. Dann kann ich denen auch nicht helfen. Dann... Äh... Hau ich wieder ab hier. Oder? Dann hau ich wieder ab. Wofür ist denn bitte... Hier noch was mit Seilen? Wo kann ich denn da was hinschießen? Da unten hin? Da unten hin. Pass mal auf. Pass mal auf. Da... Äh... Nee, bitte nicht damit. Das macht ja keinen Sinn. So. Klong. Das macht Sinn. Okay. Äh... Er hätte sich ruhig festhalten können da dran. Er hätte sich ruhig dran festhalten können. So. Ja, dann sagen wir ihnen mal kurz Bescheid. Ey, alles klar, Alter. Oder? Ich hab's so befreit. Ähm... Da will ich jetzt grad mal nicht hin. Ich will zu meinem Auftraggeber. Der... Der... Der da hinten ist. Und wir mal eben die Kiste mitnehmen. Natürlich. Natürlich. So. Ja, dann sagen wir ihm nochmal eben kurz Bescheid. Und dann gucken wir uns noch mit zwei, drei Minütchen hier um. Und dann geht's, glaub ich, weiter, oder? So, da hinten sitzt der irgendwo, oder? Da. Genau. Ja, dann muss ich hier lang. Ja. Hopp. Rausklettern. Mädel. Und immer in Bewegung bleiben. Dann wird einem nicht kalt. Wie die Vögel. Die fliegen auch immer durch die Gegend. So, der war da hinten in der Hütte, ne? Und hat er uns nicht... Äh... Äh, warum nicht? Hat er uns nicht irgendwas versprochen, wenn wir das machen, dass wir irgendwas kriegen? Haben Sie sie gefunden? Ja, hab ich. Natürlich. Ich habe die Krieger gefunden. Sie leben. Langsam glaube ich, es war kein Zufall, dass Sie ins Tal gekommen sind, Lara Croft. Wir können Ihnen nicht viel bieten. Aber ich hoffe, das wird Ihnen helfen. Infiltrierer. Neue Ausrüstung. Und Credits habe ich auch verdient. Ja. Aha. So. Wie kann ich die jetzt anziehen? Ich gucke mich nochmal eben hier um. So. Nix mehr da. Da war ja vorhin auch nix. Ja, warum soll denn jetzt was sein? So. Aber wir haben ja hier ein Lager voll, ne? Aha. Jetzt gucken wir uns mal eben... Was haben wir denn? Ah, guck mal. Wir haben wieder einen Fähigkeitspunkt. Juhu. Was machen wir denn? Äh, Jäger. Volltreffer. Nee. Also, Kopftrefferanzeige. Warum soll ich da was angezeigt bekommen? Ich sehe doch, ob ich auf den Kopf ziele oder nicht, oder? So, verdiene Kopftreffer lautlose Kills von oben. Hören Sie die Menge, können Sie hier... Ja, das machen wir. Das finde ich toll. Das finde ich toll. Okay. So. Dann. Inventar. Lass uns mal eben kurz ins Inventar gucken. So. Muni. Schaft Patronenhalter. Den habe ich auch. Abenteuerköcher. Dafür brauche ich noch 15... 15 Fälle. Ja. Ein Bär. Den haben wir. Also, 11 Fälle habe ich. 4 Fälle brauchen wir. Und dann haben wir so einen Abenteuerköcher. Das, das, der... Ja, den will ich haben. Und was ist das? Tragetasche. Dafür brauchen wir auch viele Fälle. Dann müssen wir jetzt mal auf die Jagd gehen, oder? Ja. Tiere. Bringt euch in Sicherheit. Ich komme. Und ich werde euch jetzt jagen. Weil ich brauche... Ich brauche... Ich brauche was. Ich brauche was. So, Waffen-Upgrades können wir auch mal. Was können wir denn hier machen? Hier bei dieser... Updates verfügbar. Ja. Boah, was können wir denn da machen? Präzisionslauf. Modifizierter Schlagbolzen. Das haben wir schon alles. Erweitertes Magazin. Ne, das haben wir noch nicht. Wir haben noch gar nichts hiervon. Das wollen wir erst haben. So, fangen wir mal ganz vorne an. Fangen wir mal ganz vorne an. Und bauen die weiter auf. So, und jetzt zu unserem neuen Outfit. Der Infiltrierer war das, oder? Reduziert die Verzögerung, bevor sich die Gesundheit nach Schäden wieder regeneriert. Das ist auch toll. Lass uns mal gucken, wie das aussieht. Wow. Hey, nicht schlecht, Lara. Schick, schick. Boah, mit Tarnhose. Ich glaube, die lassen wir mal an, oder? Zumindest mal ein bisschen. Die lassen wir mal ein bisschen an. Guck mal, ich habe immer noch Waffenupdates. Ich habe immer noch Waffenupdates. Updates verfügbar. Was kann ich denn noch machen? Das kann ich noch machen. Okay. So, jetzt habe ich aber keine mehr. Okay. Jetzt habe ich keine mehr. So. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal auf die Jagd. Ja, Liebe. Oh, sogar mit Giftpfeil. Das war jetzt nicht, das war jetzt nicht nötig, dass ich hier den armen Hasen mit Giftpfeil erlege. Aber ich brauche halt Fell, damit ich meine Köcher bauen kann. Vielleicht sollte ich mich mal da oben drauf begeben. Zur Jagd. Kann ich da oben drauf? Bestimmt kann ich das. Dann jag ich halt. Ja. Geh mal bitte da. Hallo. Geh mal bitte da drauf. Frau Lara Kroft. Ja. Drauf da. So. Hier habe ich doch einen schönen Ausblick auf alles, was sich da drunter so tummelt. Nur leider tummelt sich hier nichts. Hallo. Hier gerade tummelt sich hier total viele. Komm, stehe ich hier drauf? Tummelt sich nichts mehr. Das ist doch scheiße. Oh. Vorbeigesprungen. Vorbeigesprungen. Am Seil vorbeigesprungen. So. Da ist ein Häschen. Ach, der war so süß. Ich wollte jetzt nicht auf den armen, süßen Hasen schießen. So. Dann muss leider er dran glauben. Ich kann es nicht ändern. So. Wir haben auch Geweih. Geweih brauchen wir auch. Das ist auch toll. So. Wen schießen wir denn hier noch? Wir brauchen noch ein bisschen. Ein bisschen brauchen wir noch. Wir laufen hier ein bisschen durch die Gegend. Was jetzt natürlich immer passieren kann. Aufheben? Nee. Wofür soll ich das denn aufheben? Was natürlich immer passieren kann, dass uns auch Wölfe hier wollte ich auch noch mal reingucken, oder? Das uns auch Wölfe um die Ohren fetzen. Und die ja, die kennen ja keinen Spaß. Das haben wir ja schon festgestellt. So. Was haben wir denn hier alles? Nix. Da hinten, siehst du? Kaum sarrig. Schon haben wir da Wölfe. Ja, und jetzt kommen die auch noch. Kommen die hier hoch? Nö. Die kommen nicht hoch. Die bleiben da unten. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da. Der haut ab. Haut ab? Ja, der haut ab. In seine Höhle haut der ab. Aber ich glaube, der kommt irgendwann mal wieder, oder? Kommt der wieder raus? Wie ist die Engine? Wie ist die KI für die Wölfe? Kommt der wieder raus? Oder bleibt der drin? Wahrscheinlich kommt der raus, wenn ich runterspringe. Das ist anzunehmen. Und wahrscheinlich ist hier auch noch jetzt einer. Nee. Was habe ich denn da noch? Irgendwas liegt. Ah nee, das war jetzt hier nur zum Aufheben, oder? So. Also. Lieber Wolf. Kommst du jetzt noch raus? Oder muss ich erst runterspringen? Ja, komm, ich spring runter. Komm doch, komm doch. Ja, okay. Er kommt nicht. Mein Fell. Ich muss immer ein bisschen lupen, ob der tatsächlich wegbleibt. Auch ein Fell. Okay. Meine Freunde. Dann sind wir jetzt mutig und gehen in diese Wolfshule. Wir sind mutig. Und gehen hier in die Wolfshule. Da ist er. noch mehr ohne Fahrschein hier. Ich bin voll. Ich bin voll. Schon wieder. So langsam habe ich doch genug Fell, oder? Da ist noch was. Ja, Pilze wieder. Ich bin aber voll. Ich höre noch was. Ich höre noch was. Ich höre noch was. Hm. Okay. Wir können auch hier wieder raus. Na ja, da sind wir auch reingekommen. Hm. Okay. Ja. Was haben wir denn noch in der Nähe? Was ist das da noch? Ein Überlebensversteck haben wir da noch. Da gehen wir auch noch mal hin. Aber erst mal äh gehen wir jetzt nach links zu unserem Lager. Links ist da. Äh, nee da. Und gucken mal, ob wir jetzt nochmal eben was bauen können. So, wo ist denn das Lager? Ich stehe direkt davor eigentlich. Wo ist denn hier das Lager? Hier? Nö. Hier liegt nur Wolf. So. Dann. Ich bin gerade ein bisschen bis... Ach so, weiter nach... Weiter nach rechts. Weiter nach rechts. Weiter nach rechts ist eindeutig hier, oder? Wo ist denn das? Komisch. Also manchmal verstehe ich das nicht ganz. Aber ich muss auch nicht alles verstehen. So. Ähm, zum Aufheben. So, das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir alles nicht. Hier ist garantiert noch was drin. Hier ist garantiert irgendwo noch irgendwas. Ey, wer ist das denn? Hallo? Wie ist das? Da hinten. Seht ihr das? Hört er zu uns? Ja, der gehört zu uns. Aber eigentlich nicht. Wer ist das? Ich kann den nicht markieren, beziehungsweise ich kann den nicht anvisieren. Also geht das ein Verbündeter sein. Also geht das ein Verbündeter sein. Nehme ich mal an. Hm. Also ist das ein Verbündeter? So. Ich muss jetzt noch mal. Ich muss jetzt noch mal. Wo mache ich denn das? Ich gehe da mal über die Brücke. Jetzt gehe ich da oben noch mal zu dem Lager. Ich gehe noch mal. Ich gehe noch mal zu dem Lager. Dann können wir eben gleich mal fragen, wer er ist. Hey, Alter. Wer bist denn du? Hallo? Ja, hi. Ja, hi. Aber sie produzieren ein äußerst starkes Gift. Hm. Okay. Ja. Ja. Ja, was soll ich davon halten? Schön, dass du es mir erzählt hast. Da kann ich aber jetzt irgendwie so richtig nicht was mit anfangen. Und hier ist auch irgendwie nix. So richtig ist hier nix. Und mit deiner Geschichte kann ich wenig anfangen. So. Und zum Lager geht es da lang. Zum Lager geht es hier lang. Upsala. Da oben irgendwie hin. Oder? Warum kann ich nicht einfach mal ganz blöd auf ein ganz stinknormales Lager treffen? Warum geht das nicht? Warum muss das immer so kompliziert sein? Hm? Spiel. Warum muss das immer so kompliziert sein? Ja, da muss ich hoch. So. Hoch. Hoch, 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 hoch. Weiter. Wo ist mein Lager? Na komm, nimm. Das brauche ich wieder nicht. Dit brauche ich wieder nicht. Toll, dass ich hier bin. Toll, dass ich hier was gefunden habe. Was ich wahrscheinlich auch nicht brauche, oder? Nö. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Und da komme ich nicht hoch. Ich stehe hier. Ja, meine Freunde. Ich stehe hier. Und muss hier gar nicht hin. Ich muss hier einfach nicht hin. So. Naja, wenn man ein Lager sucht, dann findet man keins. Willst du da nicht, oder kannst du nicht? Nee, sie will nicht. Sie will einfach nicht. Mädel. Komm, du musst aber. Ja, komm, stell mal nicht so an. So schlimm war es jetzt auch nicht. Der Sch... Der... Ne? So. Ah, ein Häschen wieder. Naja. Wir haben jetzt erstmal genug, oder? Wir haben jetzt erstmal genug. Na gut. Der nimmt... Das tut mir ein bisschen leid. Aber ich brauche halt das Fell. Ich kann es nicht ändern. Ich brauche das Fell. So. Und jetzt bauen wir uns was Schönes. Jetzt bauen wir uns... Was bauen wir uns denn jetzt? Ja. So, was bauen wir uns jetzt? Mal gucken. Jagdköcher. Den haben wir schon. Ah, wir brauchen... Ein... Ein brauchen wir noch. Ein Fell brauchen wir noch. Wir sind noch nicht ganz durch. Ich will diesen Jagdköcher haben. Ich will ihn haben. Tiere des Waldes, kommt zu mir. Ich will euch erschießen. Es kommt keiner. Hätte mich auch gewundert. Da ist ein Eichhörnchen. Das arme Eichhörnchen. Aber... Ich... Ich kann es nicht ändern, meine Freunde. Ich muss überleben. So, jetzt habe ich aber auch in dieser Region alles ausgerottet, oder? Alles ausgerottet. So. Jetzt muss ich aber was bauen können. So. Mal gucken, ob das jetzt geht. Jetzt muss ich aber was... Das Eichhörnchen hat gar nicht... ein Fell gebracht. Das hat einen halben Fell gebracht, oder? Ich stehe nämlich immer noch auf 14. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Das ist ein Vogel, der macht... Fliege mich... Fliege mich nicht über den Haufen, lieber Vogel. Fliege mich mal nicht über den Haufen. So, haben wir hier noch irgendwelche Tiere, die ich um die Ecke bringen könnte. Das wäre nett, wenn sich jetzt mal irgendeiner hier zeigt. Oh, das zeigt sich keiner. So, wir haben Wölfe erlegt. Wir haben... Ne? Hier ist keiner mehr. Alles ausgerottet. Warum ist sie hier auf... auf Schleichfahrt? Sie gehen gerade in den Schleichmodus. Habt ihr das gesehen? Und hier ist auch Musik. Oh. Deswegen. Ich dachte schon. So, jetzt hab ich aber... Jetzt hab ich aber definitiv genug Fell. Oh, da war dann noch ein Wolf. Den hab ich echt gar nicht gesehen. Den hatte ich echt nicht gesehen. So. Jetzt gucken wir doch mal eben. Ob wir den Köcher jetzt bauen können. Das würde mir schon gefallen. So. Einmal gucken. Ich möchte... Ja. Ich möchte einen Köcher bauen. Den können wir jetzt bauen. Ein Abenteuerköcher. Aber... Der Abenteuerköcher ist hergestellt. So. Was... Was ist da noch? So. Kosten. Das kostet alles ziemlich viel. Ja. Okay. Also. Fälle können wir immer gut gebrauchen. Wir brauchen wieder einen Bär. Was können wir noch machen? Schrotpatronengurt. Aha. So. Jetzt müssten wir doch eigentlich, meine Freunde... Eigentlich... ...wieder Holz sammeln können. Oder? Weil jetzt können wir wieder viele Pfeile machen. Jetzt müssten wir eigentlich wieder Holz sammeln können. Das probieren wir mal. Wo haben wir hier was zum Pflücken? Da. Nö. Kann ja nicht. Ich bin immer noch voll. Okay. Pass auf. Dann... Dann mache ich mal ein paar Pfeile. Voll. Jetzt bin ich wieder voll. So. Jetzt aber. Jawoll. Okay. So. Dann rusten wir jetzt mal auf. Und dann geht's eigentlich schon weiter. Was heißt schon weiter? Jetzt haben wir die ganze Folge verplempert. Mit Jagen und so'n Kram. Aber muss auch mal sein. Muss auch mal sein. So. Wo will ich denn eigentlich hin? Ich wollte hier hin. Ich wollte hier ans Überlebensversteck. Da muss ich noch was finden. Wegpunkt setzen. Habe ich gemacht. So. Da wollte ich hin. So. Da gehen wir jetzt auch erstmal hin. Zum Überlebensversteck. So. Da. Also wir haben hier noch einiges, was wir noch nicht gefunden haben. Aber. Mein Gott. Dann ist das halt eh. Da ist es. Dann ist das halt so. Ich kann nicht alles finden. Ich will aber alles finden. Ich bin so drauf. Tut mir leid. Ich will. Oh. Ich höre wieder Wölfe. Da ist es. Das findet doch keiner, wenn er nicht direkt davor steht. Das muss. Sowas. Ja. Sowas muss auf der Straße. Auf der Karte angezeigt werden. Sonst findet man so ein Kram nicht. Ne? Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Hier kannst du schon lang durch die Gegend rennen. Aber wenn du nicht genau weißt, wonach du suchst, findest du nichts. Die brauche ich immer noch nicht. Da kann ich hinrennen, wie ich will. Da bin ich voll. Da brauche ich nichts. Da bin ich voll. So, hier war ich schon drin, oder? Ey, habt ihr das gesehen? Was war das denn? Ey, das ist ein Ding. Den habe ich gar nicht entdeckt vorher. Der ist da reingegangen. Sollen wir da auch reingehen? Das machen wir. Aber, das machen wir erst in der nächsten Folge. Erstmal bis hierhin, meine Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder auf den Abo-Button drückt. Lara ist kalt und deswegen sage ich Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.